Dienste Der letzte Deiris, der letzte Po in der Tür ist stark geworden, weil mehr und mehr das Menschen, die davon gehen, trug ein Gläser. Vorher sehen Sie die Zusammenhaltung des Gäste des Gäste, unter anderem die ganzen after und mehr die Duhmphänz einzelnen. als ein geplatzter Ude in der Röcke, wenn er 50 Jahre alt war. Also ich schreibe da in der Seife. Man sucht den Röber im Schmelke, wenn er gekommen ist, in Nickelsburg. In der ganzen Stunde sind wir gekommen, mit Kabelpunen sahen. Und so auch gewöhnt haben wir so solche, die einen schon gewöhnt finden, die schwachen Jüdischkeits haben auch gewollt gefällt von dem neuen Ruf. Und so sind sie gegangen umgeteilt, mit dem modernen Malbischem, mit dem zu gewöhnen Moden, mit der Stecken, mit scheinen Gläser, mit scheinen Gescheuert, und auch Gescheuert und Kambut. Er hat aber ein Schmelke gesagt, dass du bei ihm drei Sachen, wo es einem eurer Mensch, dem jazkirle, dem jazkirle, dem jazkirle, dem jazkirle, dem jazkirle, einst sagt, der Mensch wird älter, und er sagt, der Ehe wird im Schwache, er darf sie kommen und sie gelesen. Noch eine Sache, der Gein wird im Schwache, darf keiner mit der Stecken. Und noch der Bude wird im Was, wir seht, er wird älter, und er hat alles andere. Nicht, die alte Zahra hat gesehen, danke der Ölm, der Ölm, wir gedenken, wir gedenken, wir gedenken, wir gedenken, dass die Menschen, die Tiere nicht, keine Weile. Das sagt, dass die Menschen, ihr könnt ihr mit der Stecken, dann macht die Brüder auch ohne ein Geister mit der Stecken. Das war's für was, geht man nicht mit dem Boot, und wenn ihr vom Ehe wird schwacher, macht das die Brüder auch mit dem Geister mit der Gläse. Also, der hat sich in die Brüder daran gewonnen, nur damit er das Affen allerdings hat einen Rehmel. Aber der iconic 이번에 wurde bewusst ein Rabe geworden, der letzten wird die Ehe, ist als mittelge in der Mitte. Ich habe aber gesehen, einer der Zuhören, der Verkäte, ein gewaltiger Schuss, was man sieht in dem. Von dem, was man sieht in den letzten Jahren, ist mehr Menschen, ich meine, man kann es schon sagen, viele Menschen sind in den Schorzeiten, die müssen sie kommen und sie gelesen, weil sie dir, an der Eibüste geht an den Sojen, hat er eine Böden-Schleule, um nicht zu machen, kann den Sojen, fahre dem, wo der Eibüste soll geben, die Keile, mag dem, sondern der Fiele machen, der Mensch soll es keinen Sojewel sein. Das ist ein bekanntes Wort, das dachte ich, wenn er mir das ist, steht auf der Eibüste, so kann er eine Böden-Schleule, kein Sojen. Der Eibüste geht an den Sojen, laut wie viel Sojen, laut wie viel zu tun, mit dem, was sie tun, sie warmen. Laut wie viel der Keile, der Eibüste hat gegeben von den Menschen, also soll er die Eibüste geben, den Sojen. Sogt er den Letzten, der Eibüste ist, wie Paulus ist er rausgekommen, zu der Erfindung geworden, der müssen wir von den Gleisen, und es wird alles besser und besser mit den Jungen. Immer mehr kann der Eibüste machen, die sollen mehr Menschen, und wir sollen sie kommen zu dem, weil er sie durch einen neuen Schleule keine zu tun hat, er sie durch die Keile, sie durch die Zunge, sie durch die Sachen, die sie uns können helfen, der Eibüste machen, er damals kann der Eibüste geben, den Sojen. Sie gehen ein wenig teilen, was haben wir nicht gewollt, gehen mit den Gleisen, sie sind die doch auf den Schaen, hat gesagt, auch vielleicht nicht gekannt, sehen geht, hat er gesagt, was darf ich den Gleisen, was ich brauche zu sehen, kann ich doch sehen, ohne den Gleisen auch. Instanzen sehen, Sachen, die man nicht darf, nicht auf dem muss ich doch nicht halten. Ich habe gesehen, ich denke, ein pinches Heresprung von Montreal, ich habe gerne gehen, verzeihende Kinder, er hat eine zerbrochene Gleise, und es ist immer, wie jeder mal gesagt hat, er hat gesagt, ein bisschen zu tun, er hat gesagt, er hat gesagt, er hat ein bisschen zu tun, es ist immer, man kann sehen, Menschen, man kann ein bisschen füßig weg, man kann sehen, wer das ist, er ist immer schwer. In den Kindern, an einem Holz gebeten, müssen wir im Käufer, neue Brillen, er sagt, nein, schau doch auf, denn es kommt aus, ich muss ganz ein bisschen, es ist immer, in nicht alle Plätze, ist, das ist mir das einmal ausgehalten, so kann ich aber, es ist ein paar Gleisen, keiner hat nicht gespeckt, nicht so, dass es das alles auch unten, es ist ein bisschen zu tun, versteht man, also ich nicht das nur leise zu erich also ich habe gehörige Purgleise so gesagt, dass 40 Jahre verzeilen die Kinder dass er das selbe zerbrochen Purgleise weil er nicht gewollt also ich sagte, also ich hatte nur wenn es nicht fehlt, dass er ausgibt und er ist damals nicht aufgibt die Baba verruf sich an dem Naftule, was ich gesagt habe hat verzeilt, also als Kind hat er gehörte von seiner Seite der Kirche zu ziehen, was hat verzeilt als er immer gegangen mit der Sante, der erste Baba verruf und er ging auf einen Spazier mit uns da verruf und er ging mit uns da verruf und er ging mit uns da verruf und er ging mit ein paar Talmiden und er ging auf einen Spazier und er ging auf eine Bahn und er ging auf eine schöne View da draußen hat einer von den Buchern, die er mitgegangen herausgenommen hat, einen Gucker sie können sehen, wenn er wartet der erste Baba verruf hat es gesehen vielleicht wusste ich das das ist also ein Keiler wo es mir käme dem Sachen sehen von Sachen von so einem Wart kommen und sehen Mama ist also ein Winunt sogt ihm der erste Baba verruf sogt er bei ihm ist die ganze Sache das ein Mensch kann sehen jedoch die Eibestadt hat euch gewollt aber jetzt man darf doch so viel Möbeten Rechmer schmeien von dem Alter wie ein mit deinen Säuen so kann er sagen euch zu meinen aber mein Reus beruht so wie es fällt sich aus nie genügt der Keucherei wo es der Eibestadt gegeben aber zu nehmen keinem zu können Stöcke machen der Keucherei das war doch nicht richtig hat der Baba verruf gesagt habe ich gefragt wie ein Jünger habe ich gefragt die Seite die Kirche zu ziehen die Seite die Geistadt habe ich auch nicht gelesen hat der Kirche zu ziehen so gesächlich einer wo es der Keucherei ist schwach er will es dann nicht schlimm sein wo es sie darf sie sein den normalen das mag ich nicht aber sie nehmen eine Keile sie sehen mehr wie viel Leibeste geht von einem Mensch das ist der Tag nicht richtig sie wird gebringt in der Toll des von der Pneuschie am Möbeten gemassen der Pneuschie die ersten Jungen an der gewohnten Lämbach dort in Lämbach er gewöhnt er gewöhnt er gewöhnt schon noch die Pneuschie schon lange noch die Pneuschie er gewöhnt er gewöhnt er gewöhnt er gewöhnt was er gewöhnt er gab er hat mit Cochum aber leider ist er gewöhnt was er gewöhnt er gewöhnt er hat Er macht das Hof und nimmt ihn raus und er trifft dort ein paar Gläser. Er hat die Gläser in die Pfle und die Höhle er kann sehen, wie die Höhle der Höhle. Er hat die Zirkus und sieht schon gut aus. In der Säure, wenn jedes Mal er hat die Gläser, hat er gekannt, dass er die Höhle und die Höhle hat gekannt. Er ist nicht zu verstehen. Der Höhle hat nicht gekannt, wo er sich tut. Bis zu gewinnen, jeder ältere Höhle, hat er gesagt, ja, als er gedenkt. Als mit juren Frie, hat der Pnei Schie du gelehrt, in dem bis Mädrisch, in dem bis Mädrisch. In Sächtus, der Pnei Schie, hat du immer gelassen, einmal die Gläser sein, ihn reingelegt. Sie blieben reingesteckt in einem Seife. In der Gläser, da sie gewinnen, wo der Höhle getroffen hat, und sagten sich ein Samen, in Kedische, ein Käfer, jetzt einmal bist du von der Tzadik, in der Gläser, wo du es geht durch den Keuch, wo der Tzadik, sie kennen, das hat mich verzeilt, was hat solche gewöhnt. Und er vielleicht mitgegangen, mit ihm an Sachen Mikve. Verzeilt er vielleicht sehen, wie der Tzadik, alles noch hat sich getäufelt, hat er genommen, die Gläser auch getäufelt, in Mikve. Das geht von der Tzadik, das geht von jedem, sie kennen uns, hat er gesagt, nur jedes Mal, die Gläser hat sich ausgestellt, die Gläser von der Pnei Schie, hat sie zurückgekommen, wegen der Käuher der Ehe. Man verzeiht, er riechelt sich aus Sippe, der Tzadik, wenn der Jied ist weg von der Welt, die Kinder haben sich gewöhnt, die Jerische, der Jied hat Geld auch, aber alle Kinder haben gesagt, es ist eine Meuchel auf alles, jeder will nachhoben, der Gläser. Und sie gewöhnt eine ganze Kirche, der hat es gewollt, der hat es gewollt, in Beinele Beine, hat sich es zerbrochen, und sie ist schön geblieben von dem. Einer von der Gdäule, um dem man es gesucht, seht aus, sie gewöhnt, von dem Himmel hat man es gegeben von der Jied. Se mit Kibbel, seht aus, mit Sprache, mit Sprache als Brill, also es mit Kibbel, als Eisen eigentlich von der Sache nur, wo es auch schon der Maß hat man gegeben, da nur ein Brill, wegen der Brillen von der Pnei Schie, die der Jied hat getroffen. Ich noch mal ein bisschen reden, an Luches, Tage, wo es eine Negei hat, die Brillen. Keu dem, steuern sich in Urech, einer kauft eine neue Malbische, eine neue Beige, macht der Bruch der Schie, eine neue Beige. Er schmissen in der Paskin, wo es geschehen, wo es tut sich, wenn einer kauft eine neue Gläse, sie heißt also, wie eine neue Malbische, was man so müssen machen, auf dem Bruch der Schie, nicht. Es ist in der Geistag, aber jetzt, man steht doch an das vierte Tag, Menschen fragen, man will kaufen eine neue Gläse. Es kann sein, dass es eine andere Tule in dem, sie macht der Schie, auf dem, weil die ganze Panschle, das Sibel, was man macht nicht, kein Schie, kann eine neue Malbische, in der Sphäre, jedoch wegen der Schie. auf dem Leip, immer feiten sich ein Schie. Bei der neuen Gläse, haben wir das neue Gläse, aber bei dem das Gläse, wo es durch die Malbische, wo es die Sache, wo es die Menns die Hafe zu betrachten, zur Erzeugung für den Menschen, ist der Zuhause, in der structures, die wir hier mit der Paskin sind. Aber wenn wir die Gädie, der Bruch der Schie. Aber wenn wir die Gädie, in der Paskin haben, aus dem Blumen, am dem Graschen haben wir gehalten, man soll ja machen, man braucht auf dem. Lieber Schleimel, man soll nicht machen, kein Bruch auf dem. In vielen Tagen, man kauft auch Scheine, Teile, Gleise. Sogt auch wie bald, wie bald. Die ganze Sache, die Menschen müssen ziehen, kann man zu dem. Jedoch, machen wir es an Ressuren, wo es hat. Wenn man eine Sache, die man kauft, an Ressuren, machen wir es an Ressuren, machen wir nicht kein Bruch. Kein würde, wenn du es vorhin gesagt hast, auf der Kirche, man schalte dich jetzt bei einem Eimer, für was machen wir nicht kein Bruch von Schecheiuni, auf der Mitte des vierten Bäume. Der ist schön im Reden schon wegen der. Sogt auch der Ruf. Rav Boll, der Mann, der hat der ganze Zimmer in einem Seife wegen Schecheiuni, auf der Mitte des vierten Bäume. Sogt auch der Ruf, auf wie bald der ganze Tachlis von der Mitte des vierten Bäume. Jedoch, noch machen wir es an Ressuren, die Jeden sind ein Gewinn, bei meinem Tess Schaarer Timme. Ihr müsst gemäß da rausgehen, wenn jeder eins von der Schaarer Timme so euchet sein, zu sein Ruhi, für die Kabul ist der Teure. Er will man nicht machen, auf der Bruch, auf der Samin Sache, wo es ist, die ganze Sache ist aber die ewige Sache. Also ich suche auf Schlemmes Almen, hier hat ein Gläser, das ist ein Malbesch, wo es ein bisschen macht ein Schaarer für ein Mensch. Er will man nicht machen, man kann ein Bruch auf den. Ich suche es herangekommen, wenn er mal ein Eid zum Abt-Ruf in, hat gesagt von Abt-Ruf was, das ist Abt-Ruf nicht gefragt, wo alles geht im Feind, so fehlt im Gunisch. Und Abt-Ruf gesagt, kein Eid, mit etwas, etwas achesuren. Wir sind gesehen, als er drückt Gläser, er sagt, oh, als er drückt Gläser, es fehlt dich in der Koehre Rie. Er war mir so, kann ich beschreiben, es ist Almen, als achesuren, es fehlt in der Koehre Rie, kann man nicht machen, kann man nicht machen, kann man nicht machen, die Schaarer Juni auf dem. Schatz von dem ist, du was halten, die Kaffachein bringt, als viele, als die Schaarer Juni macht man nur auf Amalbisch, Tachschitim, viele Teiere Tachschitim, so, dass man es auch nicht machen kann, schaarer Juni auf dem. Wie immer mal alles, das haben wir so. Es ist eine Geier, ich habe gesehen, das sei für das Neute, für Abkhain Konjewski, hat man ihm gefragt, ob man sich rundherum, ob man sich rundherum gelesen, gleich, wenn man steht auf der Fri, nach feinem Waschen-Negelwasser. Bedenken Sie dort in der Uhr, als sie durchschmissen, der Post kam, zieht der Isse, feinem Negelwasser, am Gunisch-Tien, zu nahe in ihnen, nicht unbedingt in der Begude, oder beklall Gunisch-Tun-Tien. Ich habe gesehen, ja, ich habe gesagt, da liegt alles am Nese-Tien, nicht unten kein Gläser, weil sie können sagen, ein Gläser hat er dann von einem Begut, in der Führung haben sie nicht kein Begut, können sie sagen, der Isse geht und auf alles. Was ich noch erschrie, ich sage, man weiß, dass du einen nicht unten oder auszitieren, zwei Begude, zweimal Bischem auf einmal. Ich wusste, denn ein Gläser, zwei Gläser heißt malbisch, das heißt nicht malbisch, wer tut zwei Gläser. Sie tun in der Sinne, du hast alle, was leidig auf die Gläser, leidig auf die Gläser, leidig auf die Gläser, auf die Gehörige Gläser, und das eine will es auszitieren, oder unten, ist, wenn ihr alle Gläser hat, hat er dann von einem Begut, von einem Malbisch, wenn ihr alle gewonnen habt, wir sollen nicht unten beide zusammen oder auszitieren. Er muss ihm leiden in dem. Dasselbe Sache steht als Schabbos, wenn du eine Brühe und bringst du unten, wir sollen nicht gehen mit keinem von dem Malbischem, was man geht umgekehrt in der Woche, sondern nicht gehen Schabbos. Immer gewisse Sachen, die ich ruhig erklären, du hast eine Schiefe von einem, von einem Amphete, der Weizenruf, man kennt Schachem, favus, favus Schiech. Eine Sache, anhand man sich ja, ist kein extra Schiech Schabbos, aber seht ihr damals, als Sache, wenn ich gehe, der selbe Schiech, ist ein Mephalpel, aber ein Pitz der Schiech, kann es sein heiß, genügt also wie ein neuer Schiech. Aber Gläser, hat man nicht gehört, keine sogar ein extra Gläser auf Schabbos, öfters Tage, weil man halt zu heiß, nicht kein Malbisch. Und am Rett vom Schabbos, ist die Idee der größte Schale, wegen trocken Gläser im Schabbos, wo es bei ihm ist, der Mekor, von dem halbzich schon nun, der Rimmau, in der Schabbos, in Semmelschien Aleph, in Semmelschien Aleph, Sivhied Aleph, sagt dort der Rimmau, aus dem Lutzis, mit tunisch der Russgain, betikselbuttai aneim, schakuren Brillen, mit tunisch der Russgain, mit der Halte, von der Gläser. Schatzschickse Zilbe, da erbuttai aneim, atzmom hai Masse, weil der Gläser allein, ist eine Masse, in der vielen kennenlernen, der Halte, heißt der Tachschit, aber der Gläser, heißt der Masse. Ich bin ein Freund, mit dem Gewalt der Russlehne, von der Rimmau, als er beferrschte Rimmau, wo der Rimmau so klug, als Gläser, heißt der Masse, tunisch der Gläser Schabbos. In dem ist es eine größere Pele, weil bepascht ist, der Rimmau redt, wenn der Menschkeit, mit der Halte, in dem liegenden Gläser, auf dem sucht der, Chatschick der Halte, ist gemacht von Zilbe, ist es ein Tachschit, doch tunisch der Russgain, da bautanai am Atzmom hai Masse. Aber der Rimmau sucht nicht, dass er ungetimmte Gläser, soll es heißen am Masse. Immer mehr, die Heide von der Rimmau hat man nicht gar nicht. Aber der Masse, ich bin ein Freund, wo es Sennen macht, mit dem. Und durch das Schilchen drückt sich aus, sei es scharf, gegen ein Gläser Schabbos. Er sucht die Luschen. Er sucht die Luschen, mit Gläser, ist, bautanai am, Er sucht sie, diese Gomme, vachai afchates, nach viele Domen der Menschen, die sie werden ziebinden. Doch, er sucht die, diese Gomme, war makilin, wo sie die, die sie in Michael, mechalel in Schabbos, die was gein heraus, ungeteen mit Gläser, seine mechalel Schabbos, war sie dem Litnes aden, e pesu im Avri, wenn ein Tchi. Er sucht, wie ihm ist, im Schein, er juchel Liris, bis Seife, bei Ludam. Er kann nicht lernen, er kann nicht, er kann nicht, bis Mädels, er kann nicht lernen, nur Jelmer, soll er nicht lernen. Ein Doktor, dem Sagen, er tut nicht der Rost, er muss die ganze Zeit, gehen mit dem, soll er nicht der Rost, soll er bleiben, in der Heim. Nachdem ist, ich misstab, ein Doktor, dem Sagen, er muss gehen mit dem, können sein, oder ja, können gehen mit dem, aber so ist, er stark, macht mir auf dem. Das selbe Sache, habe ich gesehen, er schiebt in Zizilieze, bringt er sie, wo der Bala, der Adérez, schreibt, also es gewin amohl, in, 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 in der Stutt, Slot, wie der Beisalaivie, gewin der Ruf, in, so kann er mit dem, brisken, machen wir das, nicht, gehen mit dem Gläser, weil der Beisalaivie, stark machen wir, gehen mit dem, tun wir nicht, den Gläser, aber es, du aber, Agaf, du aber, kannte Bild, für den, brisken, geht ungete mit dem, mit dem Gläser. habe ich gesehen, was Ruf Steinmann hat noch gesagt, was er gehört, vor allem, dass er ein Gesele kriege, eine doofe Peile, es wird gepasst, mehr so auf chassidische Rebels, als er an mir sagt, aber so hat er gesagt, als er kein Briske, beitzen, hat er nicht gedacht, gehen mit dem Gläser, das kennt sein, gehörig, das ist bewusst, er gegangen mit dem Gläser, weil er Gott, als er an mir, heilige, pachetige Ziere, als er nicht gewin, möglich zu kicken, als er pachetige Fallen, er sich ungetein, an dem Gläser, bebeginn es Masswe, als er ein Rabbani, also er sucht, das ist ein Bild, was man weiß, er hat kein Briske mit dem Gläser, er sucht, dass er ein bisschen pushet, ein bisschen, der Ziere, also er heilig, also er gewin, schwer und ihm, also er hat er ziemlich selig noch gesagt, an Kapur, aber der Beisalaivi hat gepasst, ach, bist du mir nicht gegangen mit dem Gläser, verzeih dir, er gewinnt dort in der Stutt, von der Beisalaivi, und er ging mit dem Gläser, und er hat ihm gesagt, hat der Ruf, dem wurde der Asr, das nicht gegangen, hat sich ausgeteilt, aber noch, als er es verzeihlte, ist er gegangen, er hat sich gewollt, mit der Beisalaivi, befaupelt, mit der Beisalaivi, aber bei Beisalaivi hat er gesagt, es ist ein Gumme, er hat gesehen, er hat nicht gewollt, ohnehin sich denken, er hat gesagt, er hat nicht gewollt, bei Geis, aber gewollt, bei Beisalaivi hat gesagt, meure dich stark, wir tun nicht geheime damit. Sie tun nachher, In Kitzel-Schön-Urrich Paskin-Toch-Metunisch-Gay-Mit-Gleise-Schabes De Mischne-Briere Brengt sie für Gaya-Udam Wo die Gaya-Udam sagt Als A viele kennenlernen kann Isse der Reise Sie-Gay-Mit-Gleise Wodurch er schulchen will Als er Gaya-Ev-Gates Das kennenlernen als er nicht Aber A Isse der Abunan Als Gzeire Sette Rupfauen In het Kimmendrogen Was betrefft A Sach Semen-Schien-Alef Was filmt A Sachal-Luches Von Sachen Was mit Möire Sette Rupfauen Ziehen mit Möire Die Menschen Das Ausziehen Immer Mäile Sucht die Gaya-Uda Mal zudem Tumannisch-Gay-Mit-Gleise-Schabes De Chasenisch Hat auch Möire Den Mach-Megewein Ingehalten Einen was will Gehen mit Gleise-Schabes Darf er Gehen No-Thomas's Ziegebinden De Händlach Ziegebinden Von Enten Bäufen Was er kannisch Rupfauen Oder er soll es machen In ganzen In ganzen Angebeugen A Soi Es ist nicht mehr möglich Als sie soll er rupfauen Und die Chasenisch gehalten So bringen sie Gewinnahmul A Buche Wo sie Zudem Zum Chasenisch In die Chasenisch Hat ihm Und ich dachte Noch ein Rabbini Die Chasenisch Hat ihm gesehen Mit Gleise Er war weigenehmend Und so kommt zurück Möire zu Schabes Obzunehmen In Mase Isch bringen sie Ein bisschen mehr Bei Rieches Als sie gewinnahmul Buche Wo sie Gekommen Zum Chasenisch In sich getan Mit der Chasenisch Wegen dem In seht was Der Buche Ich weiß nicht Wieso Aber Kepone Hat sich Befall Von der Chasenisch Sollte es Gommen Sollte der Buche Aber ich weiss Du hast Paschen Was halt Nie Ihm Ich weiß Ich weiss Ich Sollte es Sollte es Gommen In der Buche Zudem Die Chasenisch Hat ihm Sollte er Sollte Die Chaves Sollte Die Chaves Sollte Ihm Sollte Sollte In der Buche Sollte Ich Sollte 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 Sie haben die Gläser von der Chasnisch. Sie liegt jetzt in einem Gläsergeschäft vor dir hinein. Das ist auch gekauft letztens. Man sucht an diese Gläser. Sie sind das Schabbastige Gläser von der Chasnisch, wo man sieht, wie die Hände nicht gehen. Es ist mir noch interessant, weil ich gesehen habe, dass der Rabbiner von dem Steiple hat man nicht getrunken in der Chasnisch zu verzeigen. Das heißt, dass er in diesem Gläser nicht in der Chasnisch gebeten hat. Ich habe ihn nicht getrunken. Das ist mir interessant, wie erschaften das Gläser nicht in der Chablabrahe ist. Er hat nicht getrunken. Er hat nicht getrunken, er hat keine Gläser mit ihm. Er hat sich gebeten, dass er mit Glas in der Gase geht, weil das Meure, also jeder hat ihn mitgekommen und jeder hat ihn gerissen und er hat ihn schon in der Gläse hat er gesehen, dass er ihn gerissen hat und er hat keine Ahnung, dass er mit dem Nefisch hat er mitgekommen, dass er nicht mit der Gläse in der Gase aber Al-Kopunem, also jeder hat gesagt, was er macht als Ode, wie du durch den Schilchen hältst, als er schade der Reise und Al-Kopunem, auch viele haben nicht, aber er schade der Abunen der Gehäude und dann, ich habe noch Postgem, was halten soll und man sieht, dass die Postgem damals verhindert, hinter den 50 Jahren zurück haben eine Sache mit Faupel gewonnen, in eine Ungenehme als ganz eine ernste Schale und auch viele, die in der Mathe mit Zerifem, der Schäule Maischiff da haben die Zeit, die heute Levin Archive, suchen am Ort das Königschüsse, der Schüsse, haben die Reise und es hat sehr gut, noch keiner für keiner aber suchen aber schon alle Postgem als die ganze Levin ist gewonnen bei der mulige Gleise händige Gleise am mulige Gleise ist gewonnen bereits schon, bis Mama verhindert, 50 Jahre zurück damit sie gewonnen eine Sache von der Gleise haben wir nicht gehandelt sie gewonnen in zwei Lenses mit Stücke mit haben gewonnen also haben sie gehalten auf der Nuss wir sehen Postgem damals haben sie einen Zwicker also ein gewisser Schiefes wurde also geheißen damals so haben sie gehalten auf der Nuss bei Mohammed Amiski ich habe gesehen der Meilich Miedemann sagte der einen schmissen als Amur der Schmulewitsch hat vorgelehnt ein Schie und sie hat tiefen ländischen Schie in der Mitte hat er ein Buch gefragt in der Mitte ich weiß nicht ich kenne es an der Mitte aber er in der Mitte rief er in der Mitte der Tiefe Schie sucht der der Kasche für uns der Eibestadt beschaffen der Mensch ist der Maul mit den Eugen stecken sich raus der Nuss mit den Euren stecken sich raus von Schmulewitsch sucht er nicht wie zu liegen in den Gläsen so er mell ich bitte man er sagt man ist es ist gehalten mitten an tiefen Schie 22 auf dem Platz geimpft hat die schiefe Linie und er fragt ob er nicht so er gewöhnt die mögliche Gläse hat sie auf die ist sie hat gehandlich er mell sie hat sie ist sie sie als sie soll er rup fallen und als er rup er sagt er kann sich brechen und er sagt die jude mit der schiefe zu sein und damals ist du am zu suchen mit der heissen die reise oberhentige Zeit ein hentige Gläse wo es geht wo es macht sich nicht soll er rup fallen und le und Menschen gehen mit dem der ganze Tag und man sagt man mit dem drückt man in den Gläse sei ruhig zu suchen als er sein raus sei sie sein bei dem reisen sie gewöhnen was macht man macht mit extra teilen Gläse goldene Gläse echt Gold also nimmt man weg die Schale von der Masse also man ist ein richtiger Tag Ich habe gesehen verzeih das hat mir aber von anderen aus als Kind gesehen als siebenjährige Jüngel ist am auch am Tisch von dem Vater von dem Sattem Ruf ins Haus gekommen dort der Sattem Ruf wurde geschmissen mit Gesetzen neben dem Karpus Ruf und es war wegen der Tshive mit Schabes mit Schabes und Sattem Ruf war so dass die Gleise sehen es nicht möglich gemacht soll Ruf fallen und er hat gesehen wie der Nephew wie ein siebenjähriger Jüngel hat gelesen aber die darfst nicht gehen mit Gläse Schabes es ist nicht klar was gemeint er kann sein als ein von Jait Leiv darf sein er darf er jütze wie er sagt er doch die hat lef schrabt er lachen oder er kennt er nicht gewiss er drückt nicht die gläse ganze Zeit aber so hat er gesagt er sagt nur beim leinen reading gläse man darf nicht da man soll a selche gläse wo sie gemacht stamm zu leinen man geht in bes med auf dem weg zum bes med darf nicht gläse er darf nur gläse in bes med leinen er kennt doch nicht drücken die tun gläse also geht in bes med to se schon le he a s a s a gräse r sch ale go g se med gläse v leinen de chubi ner ruf is am go to chippe mit rabbi salman meldse en se gewor not at av kich we z am sad k d chubi salman has to shim oif m chubi n chubi chubi oif m chubi salman Ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe vergessen mein Gläser daheim, ich habe mich schweizerlein und das kann ich nicht sagen. Man seh ich jetzt. Auch ich habe gesagt, als sie kennen sahen, auch einmal von der paulischen Regierung, muss man kennen, weil man die Sprache sprachet. Paulisch erwähnt sich. Aber er hat sich vor allem ein KOSIEL gegeben. mit ihm. Einmal ist er aber gewöhnt, wenn er eine größere Hilfe wie alle seine Gesetze hat, die Regierung, und er ist auch gesetzt in dort. Und er gewöhnt dort eine auch, eine dort in der Government, eine größere Söhne Israel, und er hat gewusst, dass er bestimmt so, wie wir kennen uns die Sprache. Jetzt er gegangen ist von einer Kuhlweide, genügend etwas in der Zeitung, in der Ruhrgeleicht hat, und fragt, hey, wo du bist, du? Er hat sich verloren. Er sagt, ich habe einen Tappen in der Kirche, und ich weiß, ich habe vergessen, mein Gläser, ich kann nicht leiden. Also er ist der Einzige eben auf dem Platz. In einer solchen Gläser, wo man noch die Tappen fallen lassen kann, in einer solchen Gläser, Zitrücken, Schabbos, eine Roste gehen, ist ein größeres Problem. In einer Meile, in einer Meile ist es richtig Tappen, wo die Sachen schielen, hat man weggelegt, ein bisschen mädrig, als ein kleiner Pischchen mit Gläser, der im Reading lernt, so die Menschen nicht müssen sich heranlassen, in Schales. In einer solchen einen Betrug Gläser, wo man nicht sehen darf, hat man anderes, was er darf, weil der Chasnisch hat gesagt, sie kamen, 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 eine hat mich gefragt, und in Schales. Er hat nicht getan, aber viele der Chasnisch hat gesagt, die sind gehalten, so wie andere machen sie gehalten, sich die Gedeiung, die Hand auch, sie haben Yoga, sie haben nicht gehalten, die Chasnisch hat nicht gehalten, aber man darf gehen mit ihm. Hat mich jemand gefragt, bei der Hanne, auf dem kann man doch sagen, im Logäle, mit Jasek, wo Schatten kann es nicht. Hat ich als Liedsricht gedacht, wenn ich mich um Arten rufe, ich bin als Ingemann, ich bin in der Städte, wie ich gewohnt, in den Kofnizern, ich bin dann auch an den Bied, wo sie gegangen sind mit Gläser, und er ging mit dem Puschendikel, die Puschendikel, die Puschendikel, die Puschendikel aus. Er hat auch gesagt, im Logäle, mit Jasek. Immermeillen, einer gab da doch ein Glas Schabes, was nicht ganz süßig, also einer, das machen sich gar nicht. Was tut sich aber, er darf oben gelesen, wegen der Sinnstädte, Sunglasses, Beizem darf er nicht. Er tut es noch, wegen, hat er etwas Erzeuger, zieht es an den Schrank, in den Stäubens an den Augen. Keiner kennt sich noch etwas, was Menschen da von oben. Er tut sich, wenn du einen Muck in der Post kommst, hat sie, wenn die Variation, wenn andere Achronen, das will schon ja Michael sein. So anders, wie Gläser, was er gemacht hat zu leinen, was jene Gläser darf mit Bekleinung in den Gas, er muss, er darf einen Weg, wie er es zu bringen, von ihm in der Heim, oder einer bis mädrig, er muss nicht trinken. Aber Gläser, er will er nicht mit ihm sein, aber wenn er es jetzt trinken, machen wir es auch seurig, oder viel, zieht es eine andere Sache. Damals ist er noch ein Muck in der Hocke, und er muss auch gehen mit ihm. Wenn du es ihm gewollt klären, der Schlimmer soll mir nicht gewollt klären, als es regnet in den Rausen, soll man nicht können rausgehen mit ihm, mit Gläser Bekleinung, weil, also wie man sieht, in Schienaar, wo man sich durch den Mann sagt, wie ein Schuss ist, was allmöchig ist gewesen, und weil es regnet, in die Gläser werden nass, jedoch der Derech, und man hat auch die Gläser, und man wechselt das auf, und man wechselt das auf, und man wechselt das auf, kommen Sie zu, kommen Sie zu, kommen Sie zu, kommen Sie zu zurück, und alle Damen, wo es nicht schlägt hat, aber wenn es regnet in den Rausen, soll man nicht schlägt. Oft hat Ravaliasch gesagt, Jetzt kann man nicht machen, nein, ich sage das, wo steht, steht, steht nicht, steht nicht. Wo es jetzt aber Mut ist, du hast eine spezielle Gläser, wo es, wenn man geht da raus, wenn sich allein, an der Sinn schreibt, wenn man geht da raus, es wird es für sich allein, also es tintet, kommt da raus, es ist alles, es wird, also es wird, es ist nicht das gehörige Gläser, aber es wird für sich allein tintet. Und auf dem, wenn man jemand anderes, wenn man gewollt, heutzutage sein, als kennt sein, aber wenn er geht da raus, es ist geurig, so werden tintet die Gläser, das ist eine Schale von Zerweih, so ganz schön, der Pass kommt, das ist ein Scherbet Alayvi, in diesem Brief habe ich gesehen, von einem Pnei Menachem, das ist ein Scherbet von einem Pnei Menachem, er sucht das Gefreng, etliche Gedäude Jesröl, in seinem Gesugtag, es ist nicht ein Schale von Zerweih, in diesem Kamer, wir kamen, es ist ein bisschen, es ist nicht ein Scherbet, es ist nicht ein Zerweih, weil er fährt, es ist eine natürliche Sache, wo es kommt da raus, und er fährt, es ist ein Scherbet, aber es ist nicht ein Scherbet, und noch ein paar Sachen, die Masse, in dem darf man ein Scherbet sein, noch ein Schale, wo es ist ein Mutzi, als er zerbrecht sich die Gläser Schabes, es fällt raus, das Skru fällt raus, es zerbrecht sich die Fräume, wo es soll noch sein, ein Schale, wo es ist ein Mutzi, wo es ist ein Scherbet, nicht, ein Anleigen zurück das Skru, ist eine große Schale, wie passt das, tut man es nicht ein, der leicht zurück an das Skru, ist man mich, ein Binion Bekeilem, also ein Geherge Binion, ist eine große Schale, tut man nicht anleigen, in der vielen Anleigen schwach, tut man auch nicht, weil man sieht, dass es nicht ein Scherbet ist, du hast ein Gescheid, aber es ist ein Anleigen stark, in der vielen, noch mehr, in der schlimmen Salm, man sagt, als er rausgekommen, das Skru Schabes hat sich zerbrechen, tut man es nicht, er wird mit dem Ganzen, als er wieder im Mutpas, das ist immer schon ein Scherz, als er ein Scherz, wo es hat sich zerbrechen, das ist herausgefallene Fies, es ist mit dem Ganzen, wir tun es nicht nützen, viele will es da mal rauflegen, sich online auf eine andere Bank, tut man es nicht, was weiß, als es ist, wenn wir mit dem Ganzen verrechten, sagt, als einer will nützen, die Gläser, und er wird, das ist mit dem Ganzen, und er wird an der ganzen Welt, die sich zerbrechen, also in der Gültung, weil es im Grunde, der Gescheid, der Gescheid, also ist er, das ist ein Scherz, der Gescheid, er liegt aber, in dem Ganzen, und es ist eine große Schale, also das, was er außen, in dem Ganzen, als Gescheid, der Gescheid sagt, der Gescheid, aber in der Zeuge, der Gescheid, der Gescheid, die Gescheid, die Gescheid, da ist ein Willkommen, der Gescheid, der Gescheid, die richtige Stammes tun man nicht bei uns, was er dann anlegt, in der Skru. Aber es kann man so nützen, so wie es ist. Aber wenn man das sagt, was kriegen Sie? Manchmal dachte ich, es ist nur gerafft. Als das Versteigende Mö an der Schafsle ist mit, ist an vielen Zeug, die Gifo immer kommen, tun man sich mit nützen. Aber so ist es ein Schlimmes Almen, so geht es an die Gläser zu brauchen. In einem anderen Schlimmes Almen, wegen der Gläser zu brauchen, ist interessant, die Gifo immer beissen und nicht. Ich finde, er muss auch stehen, und ich sage, es hat ein bisschen gebraucht, ich gewinne es. Ich habe es am Kuchen, ich habe es am Kuchen, ich habe es in der Kameraziehe in der Schleim. Verzeihlte dort, er hat sich am Mö getroffen, getroffen mit dem Schlimmes Almen, Schabbes. Er hat nicht gerade ein Gläser mit sich. Er fragte den Schlimmes Almen, was er da ist mit Gläser? Als es umgekehrt macht man es nicht, ist ein Gläser Schabbes. Er sagte, nein, es hat ein zerbrochendes Gläser. Schlimmes Almen, es hat ein zerbrochendes Gläser. Wie er sich berechtet zu den Gläser? Ich habe schon mal ein Gläser zehn Jahre und er sich berechtet zu können. Aber es ist ein Züttel. Man legt es auf einem Platz, er hat ein zerbrochendes Gläser, man tut es ungekehrt. Gläser dürfen sich nicht zerbrochen. Schlimmes Almen gehalten, als Schabbes sind die Gläser mitgezogen. In Bermas, in Bermas, in Bermas hat es in den Knäubösen, in anderen sagen es in den Bermas. Als Thomas der Gläser hat sich zerbrochen vor Schabbes, er hat es schon einmal genützt, dass er eine zerbrochenheit hat, mega schön nützt in Schabbes. Weil er so in der Lüche dort bei der Schabbes, er hat sich schon zerbrochen vor Schabbes, er hat es schon genützt, einmal durch Unland auf der zweiten Bank, habe ich nicht mehr, ich habe schon gesehen, es ist ein anderer Weg. Er hat ein Gläser, er hat sich zerbrochen, er hat es schon genützt, er sagt, doch, aber du, was willst du sagen, ja, er muss auch mega nützen, aber er rauskommt mit zerbrochener Gläser, soll er schon nicht mehr. Weil man trefft in Schienahlef eine von der Sachen, was macht Geuse gewesen, als er drückt am Malbisch, wo sie kennen, er schämt sich manchmal mit dem Eiser Schabbes, man hat das für ein Schiech, ein Schiech, sie wusste, er hat sich schämen, er hat sich schämen, er hat sich schämen, er hat sich schnell ausgedeckt, in der Malbisch, könnte er jenes anders sehen. Als eine Gäse mit zerbrochener Gläser, er hat sich mit Skatsch-Teip, ich weiß, er hat sich schämen, als er schämen, wenn er nachher, wenn man Keggen kamen, er hat das Osteen, er hat mich nicht mehr gesehen, man soll nicht mehr rauskommen, aber auf dem, was hochgezogen, man kann mich nicht mehr rauskommen, also in der Mitte, man sieht schon, er schämen sich nicht, er hat mich nicht mehr gesehen, hier ist man, wo sie muss sich, also sie brechen sich, nicht sie brechen sich, sie brechen sich ein bisschen, macht sich einmal die Gläser, wie man sieht, Das ist eine große Schale, für den Ticke Mune, und das tun wir auch nicht in den Schabes. Der Steilbrot hat gerade eine große Chimre, der Steilbrot hat gehalten, als mit Tua füllen nicht pitzende Gläser Schabes, weil der Mugnavroam, als mit Tua füllen nicht pitzende Gläser Schabes. Für was? Das heißt, mit Tua füllen nicht pitzende Gläser Schabes. Das ist ein bisschen pitzende Gläser, heißt es schön, aber das ist auch nicht mehr für sich, für andere hat es nicht mehr für sich. Aber wo? Das ist ein bisschen pitzende Gläser Schabes. Die Mugnavroam redet von sich ich jetzt. Aber die Post können sagen, als damals ein Waschen mehmen, oder wo ist denn, ein Nitzner-Spray, was macht so glänzen, soll schaden, das tun wir nicht. Immer mal, ich kann sagen, die Spray, was kommen wir mit den Gläser, zu machen, ich weiß nicht, ich finde ich, wo die Macht glänzen oder nicht, aber das kann schon sein, solche Sachen, ein Stickel der Schale, wegen des Nitzenschabes, weil, 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 demenskenn seine Schale, von dem Mugnavroam, wo sagt, damit du es nicht hin. Wo es auch, Muzi, als Amur macht sich, einer von der Huren, von der Saares, von der Pais, schabt sich daran, also in der Händel, von der Gläser, dort wie sie, wie sie, wie mit Reiter zusammen, und, er kennt sich, dass auch, in der Gläser, hat sich gesagt, dass er, dass er, die Geuses, kennt er, so an der Schale, der Reiz, ist, wenn er gefragt, dass er, mit dem Schlag, hat er gesagt, als, du, zuwur, 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 und, du, zuwur, 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 mensch, wenn ich nicht schlafen, bei Nacht, er kennt sich, noch eine Sache, wo der Post, am Redentag, wegen Pizzengleise, hat sich mit Schabes, eine ganze Woche, in der Sache, Pizzende Gleise, du, was haben wir, sich alter, der Schmatte gemacht, von der Gleise, andere wollen Pizzen, mit den Taliskuten, mit den Zitzes, mit den Taliskudel, in seine Größe schmissen, nach Reinen, oben im Egestin, als auch Reinen, will sagen, an der Taliskudel, soll man schmiegen, Taliskuten, soll man ja, andere wollen, michalig sein, aber schassen, da wollen, soll man ja, umgegen, wie es geht, sich nicht, reinzulassen, nicht alles, es ist interessant, reden Dinge, von Pizzengleise, es ist interessant, sie gewinnen, so die, wo es mir sieht, am Gott, etwas extra in, wo es eine höhere Sache, sieht aus, du, als Seife, meine Neura, teurer, hinter die Jüter, gedreht geworden, toll ist, von Abderruf, beregnet sich, wenn es geleint, gewittlich, als Seife, mit den Leinen, nach Quittel, hat sich ausgetehen, die Gleise, in den Pizzende Gleise, damals hat man gewusst, er wird gebringt, auf nachgeduldige Israel, ich habe gesehen, sie verzeilt, er ist ein Raum, fahrend Krieg, unhalb Krieg, zu dem Schirmleser, der Ratsvitte, mit der Quittel, wird sich Maske gewöhnt, mit aller Kindersahne, verzeilt, der Schirmleser, hat geleinte Quittel, und bei jeder Nummer, wo es hat geleint, hat er sich ausgetehen, in gepitzte Gleise, in gekrechts, bei jeder Nummer, extra, hat er sich gepitzte Gleise, nachdemo, in gekrechts, er ist gegangen, kommen sie da hin, zusammen um, und sagten, aber dies soll überleben, und er ist so, und er ist so, das hat er gewöhnt, der Einzige, das ist übergelebt, in den ganzen Stief, interessant, wo das ist, pitzende Gleise, aber er ist so, er ist so, er hat geschmissen, das ist geteufelte Gleise, und einer hat gesagt, auch ein Jäger, das hat gesagt, man muss sehen, es hat mir rufen, und es ist interessant, das sagt, beim Davon, er rufen, er rufen, die Gleise, etwas gewöhnt, in dem Hecher, er wurde, es tun dem Nach, was man sieht, wegen dem, Sie gewöhnen, nicht sehen, aber er hat gesagt, mit der Fassabit, den Luch, die Gericht, gegen Thomas, du hast Schale, wegen nichts Natales, von dem, es gedei, sich nicht heranzelassen, kein Schales, a größer Schmisse, was wir tun, in der Achreinung, du hast Schive, Säife, Schive, haluches Gtanes, aber er hat gesagt, das ist sehr interessant, Schale, dass du, kläht er dort, wo sie da, luch, ein Balkäure, wo es leint, das sei für teure, und er darf, er hat Gleise, sie kann leint, das heißt, das leint, außenweinig, kann sein, er hat, die Gleise, dann nachher zieht, und es heißt, ich gehe leint, von das sei für teure, also ich kläht er dort, suchte, am Seiten der Gemurre, der Gemurre des Bruches, also rohe Erwe, bei Schusches, eines, das ist eine Erwe, wo sie in der Ziege, mit der Glose, Tumene Schleinen, was heißt, was steift, leirur, bechut, dover, sech, es heißt, reie, a fili, sedalich, agluz, heißt es, ja, reie, also ich sage, da, luch, es kann es, meile, in es, kann schale, dieselbe Sachen, teferes Isruel, auf Mishnahes, klähte, akkojen, wo es darf, sein, an Neger, in steht, darf, sein, mal ein, ein, akkojen, ist, klähte, teferes Isruel, oib akkojen, wo es darf, akkojen, wo es darf, kein mit Gleise, zieh, se achesuren, zieh, kein Kiken an Neger, so, 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 maasem, bechal, yoim, also, balkojen, leinten, besmedrisch, im, nisch, koisisch, als, als, hef, seke, meile, so, so, teferes, so, sech, es, nisch, kan, schale, ene, brengt, och, de, gemurde, de gemurde, ehe, balkojen, heisst, jahre, ehe, ken, se, edu, a chiv, en, schiv, jake, de, balkojen, brengt, es, ne, chalitze, to, te, de, och, ta, loche, as, de, bels, daf, en, en, roik, bachalitze, is, edu, as, mis, a, de, 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 dg, du, a, ihe, doch, ag, ehe, nr, a, mh, le, ehe, d, a, andr, ab, d, ds, Und dort sieht man ja der Paske mit seiner Neute Lahachmir, als Thomas besitzt durch die Gluz, soll man nicht kennenlernen, kann man nicht aufnehmen. Das heißt, es heißt nicht, es kann reien. Bei der Luchat dort ist es mehr, wenn man sich mit dem Bavel in der Schalmi und ich will sagen, kein sagen, ein Beuremöire weiß, ist anders. Weil Beuremöire weiß, wir sagen, Kebriussoi. Die Feier, wo die Eibistadt beschafft, sind nicht gewohnt, sie gedeckt mit der Gluz. Sie meilen, kein sagen, auf viele gewöhnlich, reien durch die Gluz, heißt ja, reien, aber Beuremöire weiß, ist das, wie du, mehr Möke mit dem Achmir. Hat auch, es käme mit dem, also Beuremöire weiß, was gewöhnt er in, und auch steht hier in der Gluz. Ich weiß nicht, aber das kennt es auch nicht. Weil heute ist es bei uns, wie so ein Kebriussoi, als ich gehe mit dem Gluz, nimmt es nachher schon weg von den Kebriussoi, von der Feier, also du, es wurde es, lezadet, lekan, lekan. Du ach, das ist ein Däuwe, in der Schuhr, in der Schubinerhof, er bringt sie, ein Schiffes, ein Eifkes, von einem Bezjosef, wo der Bezjosef schreibt dort, als, man weiß doch, der Loch, wenn ein Mensch, tun ein Stein, bekomme es Chawairoi, wenn es im Alter ist, wenn es schneide Weiz, weil es kein Schatten, da ein Haare. Sogt er bei Bezjosef, als Thomas, wenn du ein Machiz, in Gluz, Schatten kann ein Haare. Weil Gluz, ist mafsig, der Ehe ist, er soll nicht keinen Schatten. Sogt er die Schubinerhof, man weiß, ein wenig gedauert, muss er machen, ein wenig. Nichts machen, ein Kiddisch, auf Wahn, aber vorhin, man geht es noch, gesehen. Sogt er schon, wie in den Ruf, aber Tom hat es gesehen, doch ein Gluz, sie gelegen, ein Gluz, in der Flasche, ist nicht offen, nur der Bezjosef, darf man nicht machen, müssen. Und er ist, muss er noch mehr, ein gewaltiger Kiddisch. Als kann es sein, einer, was geht ungeteim, mit Gläser, sondern Schatten kann ein Haare sein, also ein Meckenschein, bekommt es Geweih, weil der Bezjosef, sogt er, doch Gluz, und ist kein Problem. Aber wenn es, der Bezjosef, wenn ich mich, bringt sie der Bezjosef, und er sucht, dass er nicht, dass er gepusht, weil er halt, dass der Bezjosef, dass du Gluz, nicht am Gehirn, nur ein Gluz, was macht es schwach, man soll nicht, kein Gehirn sehen, die andere Seite. Also, sogt er, der Bezjosef, weil er viel zu sehen, es fällt weg, der ganze Kiddisch. Aber, man weiß, ein wenig, was haben wir heute, und, ja, halt, man kann es an den Gläser, ist mafstig, man sucht, der Bezjosef, sovjomov, ist er geworden, in gewöhn, schwäderer Ehe, in der Daktat, hat er gewollt, mit dem Gehirn, man soll es nehmen, ein Gläser, das ist immer, wenn er nicht gewollt, wenn er nicht kann, wenn er ein Maffstig, zwischen den Eugen, und der Heiligen, und der Mauer, hat er nicht gewollt, dass er mal sagt, was er ein Maffstig sagt, hat er nicht gewollt, gehen wir die Gläser. Die Chasnirische, sucht man auch, beschassen, leinen, hat er doch ausgetehen, die Gläser, ich will es sehen, direkt, ich habe gesehen, an viele, an viele Kille, die Gäsersef, wenn er gewinnt, auf einem Platz, wo er gehalten, seine Schale, wegen Machen, er brucht, hat er sich ziege gemacht, die Augen, ab dem Mittag, hat er auch gehalten, hat er ungetein gelesen, heisst es, an viele Kille, und man soll es kennen, an viele Maffstig, die Mauer, wenn ich speise, gesagt, die Mauer, als, mit der Gebäude, gesagt, schommet, da haben wir eine Gläser, mit der Verwege, keine andere Sachen, als er bei dir gesagt, da haben wir eine Gläser, so dass er gewaltige, die Schöchere, als, er kann, das ist, als, er reie, doch, er gläser, heisst es nicht, kann er reie, so dass er, wenn er ein Meile, er scheucht, wo es er nicht gesehen, und er kann gelesen, er kann nicht sein, er scheucht, weil, es heißt nicht, er reie, da haben wir eine Gläser, so dass er, er sehen, doch, er gläser, heisst es nicht, kann er reie, er meile, er sagt, bshlelol english, in hinschiver, tivtaham, wuddaad, a scheuche, vodafzikim, en zigleize, knisht dat, lemase, im δal guys, Das ist ein Geheimnis, ein Geheimnis, ein Geheimnis. 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 Das ist ein Geheimnis, ein Geheimnis, ein Geheimnis, ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis, ein Geheimnis. Das ist 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 ein Geheimnis. und sich heranlassen, wenn die Schale zieht, heißt das nicht, zieh es auch weg, wenn es ein Gewerker ist, wenn es ein Gewerker ist, bringt es auch weg, die alle Schale sind nicht, wenn es eine Srape wäre, in Kolamimen, wie es geht, mit dem Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist ist, auf den Heiligen Geist. Rabbisch und Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist, auf den Mitzfragen, das erortiert, die Mediab-Kaas. Ja, das ist ein Zeich. Vielen Dank. Vielen Dank.